hallo hier seht ihr das video mit schnitt am kalten sonntag viel spaß dabei und so und 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 Wir sehen uns aus den Kameradigern. Untertitelung. BR 2018 Ja, was soll ich sagen? Es war wirklich sehr kalt und teilweise gefroren, sodass jetzt im Notfall wirklich nur noch eine Winde weiterhelfen konnte. Somit Anlegen der Winde. Was können wir halten? Einfach nur. Ja, wo wir so sagen können. Ja, wo wir so sagen können. Man kann das Problem der Bodenhaftung und der Kletter natürlich auch mit einfach noch mehr Drehzahl ausgleichen, wenn man keine Winde hat. Euer Schaft ist ohne Winden. Ich glaube es nicht. Ich habe ja echt nicht gefahren, genau. Die Mulden war schon. So ein Sack, hä? So ein Sack, hä? So ein Sack, hä? Musik 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 Das war's für heute. ich habe mich entschieden da ist ziemlich viel lustig es gab, die Outtakes heute auch mitzuzeigen jetzt war ja der Vortrag von der neuen GoPro, dass ich jetzt glaube jetzt frauen wir sie an die Mutter in sie ist und jetzt soll wieder auf Foto Modus, pass auf hoffentlich mal wenigstens ein anderer als Video gemacht so das war es leider schon wieder für heute, ich hoffe es hat euch gefallen, herzlichen Dank fürs Schauen, wie immer euer Bernd und dann